Friedemann Mack, guten Tag. Warten Sie mal, ich nehme die Maske runter, weil sonst verstehe ich sie schlechter. Folgendes, wir planen am Wochenende Familienfest und mir kann keiner weiterhelfen mit bis zu wie vielen Personen und da muss jetzt ein Sicherheitsbeauftragter und wo muss er das Ganze anmelden? Also ich denke mal bei Ihrer Gemeinde müssen Sie es anmelden, aber wenn Sie es konkret wissen wollen, gebe ich Ihnen die Telefonnummer von der Landesregierung, dem Stadtministerium, da sollen wir Ihnen die Auskunft geben. Okay, ja, warte, ich schreibe mal auf. 0711 dann, oder? 0711 und 21530. 530, okay. Also dann probiere ich es mal da, weil die in der Gemeinde konnte man nicht weiterhelfen, die wussten es auch, nicht? Ist ja komisch. Ja, weil im Fernsehen heißt es jetzt mit 25 Personen. Genau, ich habe es auch gehört. Gell, sehen Sie, und die in der Gemeinde hat es auch neu bis 100 Personen. Und ich will da nichts falsch machen, weil die Nachbarn, sie wissen ja, weil wir hätten quasi eine größere Veranstaltung mit 11 Personen zum Frühstück am Sonntag und deswegen wollen wir da auf die Nummer sicher gehen, gell? Ja, und vielleicht können wir Frühstück aufmachen, wenn wir da rein. Neu, man will sich ja schon mal wieder treffen, gell? Ja, ja. Also dann ruf ich mal Dotto an. Okay, danke, tschüss. Tschüss.